Fast nie in der gesamten Gruppe zusammen sind, sondern die treffen sich ganz kurz und teilen sich dann in unterschiedlicher Zusammensetzung wieder auf. Jetzt hat er auch mal kurz an die Scheibe gefloppt. Der andere Mann, der braucht jetzt mit. Wir haben immer ein paar Tiere links und ein paar Tiere rechts, aber das sind natürlich immer nicht leicht. Das ist regelmäßig gelegt. Das heißt, die Länder zum Beispiel sind auch offensichtlich. So schnell, oder? So, guck mal, wie sie sind. Okay. 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 Willkommen. Du hast ja schon die Grüße an den Ganzen gezogen. Wenn es so low ausgebildet ist, soll das gemacht werden? Ja. Die scrapingen gehen Gangnetter, die dächtigen Lefkaps, der das No exit ab sägen. Das ist jetzt auch glücklich. Vielen Dank.